Ein wertvolles Geschenk? Ja, wenn diese Skulptur eine der sog. schönen Madonnen aus der Gotik ist. Das hofft der Beschenkte jedenfalls. Ich fälle ja unter den schönen Madonnen um 1500 voraussichtlich, wenn ich richtig liege. Da sind Sie sich nicht ganz sicher? Ja, das wollte ich eigentlich noch mal bestätigt haben. Ich habe auch schon geliebäugelt mit der Nürnberger Schule. Aber es gibt so viele Madonnen und so viele Faltenwürfe, die ähnlich aussehen, da bin ich mir einfach nicht sicher. Ja, ja, kunst studiert. Ah, sehr kunst studiert. Dann können Sie ja schon alle Fragen beantworten. Grüß Sie Gott. Grüß Gott. Sie haben uns da was mitgebracht, hier steht's. Kann ich uns ein bisschen was erzählen, wo Sie herkommt? Also folgendes, meine Frau hat mir eine Sache zu meinem Geburtstag geschenkt. Und sie hat sie gesteigert in einem renommierten Aktionshaus in München. Und ich wollte eigentlich wissen, wie alt sie ist, ob es stimmt, dass sie um 1500 sowas sein kann. Und den Kind, der hätte ich gern, den würde ich gern wissen und den wert. Dürfen wir denn wissen, das ist ein Geburtstagsgeschenk. Wahrscheinlich hat Ihre Frau nie gesagt, wie viel sie bezahlt hat. Nein, das war ein Geschenk. War ein Geschenk, ja gut. Also, dann fangen wir mal an. Ja, wenn es die Tochter auch nicht weiß, dann müssen wir hinterher überlegen, wie das so ist. Eine schöne Madonna, eine stehende Jungfrau Maria mit dem Kind, gekrönt, ein ovales Gesicht, ganz majestätisch, mit gespitzten Lippen, ganz schmaler Nase. Und sie trägt auf ihrem rechten Arm das Jesusknäblein. Ein Kekkerknabe, ganz nackt, mit lockerem Kopf. Und ganz interessant ist, wie die Madonna, die Mutter ihn hält. Sie greift nämlich einmal mit einer Hand unter sein Gesäß und mit der anderen umgreift sie seinen Bauch so, dass man die Scham nicht sieht. Ein nackter Knabe, der aber nicht despektierlich daherkommt, der Gottessohn, das hat sich der Künstler ausgedacht. Der Knabe legt auch die Beine übereinander, also ganz spannungsvoll. Und dann fällt unter diesen Füßen, die da in der Luft schweben, dieses Gewand, geteilt in Mantel und Kleid, in großen Falten nach unten. Und bildet hier etwas kantige Falten, die einen wunderbaren Faltenbausch ausmachen. Das ist ein Stil, der uns in die Zeit um 1500 führt. Ja, keine Frage. Und wir haben es hier auch mit einem Knaben zu tun, der so wie er sitzt, daran erinnert, dass dieser Meister vielleicht mal gesehen hat, wie Veit Stoß, der Nürnberger, der große Nürnberger Meister, seine Knaben auf die Arme der Jungfrau Maria setzt. Mit Veit Stoß hat es relativ wenig zu tun, sondern das ist jemand, der in Franken gearbeitet hat. So ist es. Im Grunde würde ich mal sagen, kann man an der Figur wirklich feststellen, dass dieser Meister durchaus schon gewusst hat, wie man als guter Meister arbeiten muss. Man sieht das zum Beispiel, wie wunderbar eigentlich das Gesicht geschnitten ist. Was man aber feststellen muss, dass das Gesicht ein bisschen verfälscht aussieht, weil wir in der Farbe, oder sagen wir mal, weil die Farbe eigentlich nicht mehr original ist, sondern sie ist schon mehrmals übermalt worden und hat schon verschiedene Farbgebungen hinter sich. Und deswegen ist es nicht mehr ganz so einfach, die originale Gesichtsform zu lesen. Also im Grunde ein wunderbares Beispiel der fränkischen Zeit um 1500. Genau. Eine gute Qualität. Man sieht auch hier etwa, dass die Säume gewugelt sind, also dass mit einem besonderen Werkzeug bestimmte Ornamente in die Säume geschnitzt, gedrückt worden sind, sodass eine Lebendigkeit im Gewand entsteht. Aber wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man nicht nur, dass die Farbfassung überarbeitet ist, was bei einem so alten Stück kein Wunder ist, sondern das sieht man vielleicht sogar noch mehr. Vielleicht darf ich mal herumgehen und die Figur mal drehen, um Ihnen das mal genauer zu zeigen. Da sieht man von hinten, dass die Figur gehölt ist. Gehölt ist sie deshalb, damit man den Kern heraus machen kann, damit die Figur nicht nach vorne hin reißt. Wenn wir jetzt nach oben hinschauen, wir sehen, dass überall lauter Wurmfraß. Und man sieht auch hier an den Rändern, dass das schon das Holz sehr brüchig geworden ist, weil die Würmer weitgehend alles schon aufgefressen haben. Jedes Wurmloch ist im Übrigen repräsentativ für einen einzigen Käfer. Das ist nämlich ein sogenanntes Ausflugsloch. Man muss nicht meinen, dass das immer der Kläbewurm war. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter runter und dann sehen wir auf einmal hier eine Stoßkante. Sie sehen hier eine Linie und dann hört darunter der Wurmfraß auf. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass diese Figur im unteren Bereich noch viel mehr Wurmfraß hatte und das ist im Prinzip kaputt gegangen. Und dann hat man sie zu einer späteren Zeit diesen unteren Bereich erneuert und ergänzt. Und wenn man jetzt das wieder nach vorne dreht, dann sieht man, dass die Farbgebung im Grunde von oben bis unten, zumindest ab diesem Bereich, durchläuft. Das bedeutet, das kann noch nicht so lange her sein, dass diese Farbe im Großen und Ganzen aufgetragen worden ist. Deswegen ist es auch schwierig zu sehen, wie gut die im Zustand ist, weil man ja nie weiß, wie der Wurmfraß sich durchgesetzt hat. Jetzt müssen wir uns im Großen und Ganzen um die Wertigkeit kümmern. Denn wir haben ja das Problem, dass nur bis die ersten zwei Drittel original sind. Sehr schön, auch hier vorne sieht man es. Und dieses untere Drittel ist dazu gemacht. Und das hat natürlich schon einen Einfluss auf den Wert. Wir müssen auch sagen, dass die Krone oben zwar in der Form stimmig ist, aber mit Sicherheit nicht original ist. Und diese Vergoldung da oben, das ist vielleicht sogar noch später dran gekommen wie der Rest. Also ich würde eine Bewertung von 2.000 bis 3.000 Euro annehmen wollen. Es ist schön, dass Sie es uns gezeigt haben. Und bewahren Sie dieses Geschenk in Ehren. Und ich hoffe, Sie sind die Enkelin. Das wird weiter verheert. Das freut mich sehr. Halten Sie es in Ehren, es ist ein besonderes Stück. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.